Heute für euch, warum Sektum Sempra kein unverzeihlicher Fluch ist. Das und mehr, jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die drei unverzeihlichen Flüche und über einen Vergleich zu Severus Snapes Zauberspruch Sektum Sempra sprechen. Im sechsten Teil erleben wir Sektum Sempra mit, als Harry Potter den Zauber auf Draco Malfoy anwendet. Dort wurde Draco fast getötet. Sektum Sempra war definitiv ein dunkler Zauber, aber war er wirklich auf dem Level wie ein unverzeihlicher Fluch? Genau das besprechen wir heute. Aber bevor wir starten, bei Instant Gaming bekommt ihr die meisten Spiele, die ihr euch woanders kaufen würdet, günstiger. Und dazu zählt natürlich auch das neue Hogwarts Legacy Spiel. Dies ist gerade um fast 30% reduziert, was echt viel ist. Momentan gibt es passend dazu ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Nun lasst uns aber mit dem Video starten. Lasst uns für den Anfang einen kurzen Blick auf die drei unverzeihlichen Flüche werfen und was diese genau tun. Diese drei Flüche sind der Imperius Fluch, der Fluch, der einen willenlos macht und gefügig gegenüber der Person, die ihn anwendet. Der Kruziatus Fluch, der Fluch, mit dem man Leute foltert und in den Wahnsinn treiben kann. Und als drittes natürlich Avada Kedavra, der Todesfluch, mit dem man sofort tötet. Diese drei unverzeihlichen Flüche werden bei der Anwendung vom Zaubereiministerium mit einer lebenslangen Haftstrafe in Asgaban bestraft. Die unverzeihlichen Flüche gelten weithin als drei der mächtigsten und unheimlichsten Zaubersprüche, die der Zaubererwelt bekannt sind. Sie haben die Werkzeuge der dunklen Künste in sich und im Allgemeinen werden sie von den dunkelsten und sadistischsten Hexen und Zauberern eingesetzt. All diese Flüche scheinen ziemlich schrecklich zu sein. Schauen wir uns Sektum Sempra an. Wir sehen Sektum Sempra zum ersten Mal in dem Film, als Harry ihn gegen Malfoy in der Halbblutprinz einsetzt. Sektum Sempra ist ein bösartiger, dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt. Er verursacht Risswunden, Blutungen und Schnittwunden. Nachdem man von ihm getroffen wurde, liegt man regungslos da, während man Blut verliert. Die drei unverzeihlichen Flüche werden allgemein wegen ihrer sadistischen Natur als unverzeihlich angesehen. Aber was sonst macht sie eigentlich unverzeihlich? Zuallererst spielt die Gesetzgebung eine Rolle bei ihrer Klassifizierung. Die unverzeihlichen Flüche gibt es schon ziemlich lange. Sie wurden jedoch erst relativ spät als unverzeihlich eingestuft. Erst im Jahr 1717 wurden die drei Zauber vom Zaubereiministerium als unverzeihlich eingestuft und damit auch verboten. Die Flüche wurden von da an mit Strafen belegt. Es ist unbekannt, was der Auslöser war. Aber irgendein Auslöser muss es wohl gegeben haben, um sie zu verbieten. Sektum Sempra hingegen wurde unabhängig von Severus Snape im 19. Jahrhundert erschaffen. Aber die unverzeihlichen Flüche irgendwann im 15. Jahrhundert. Sie hatten also eine lange, lange Zeit, um sich einen üblen Ruf zu erarbeiten. Den Zauber von Snape kannte kaum eine Person und ich denke auch nicht, dass das Ministerium in irgendeiner Form davon Kenntnis hatte. Ein weiterer Punkt, der den Zauber auszeichnet und von den drei unverzeihlichen Flüchen trennt, ist die Absicht dahinter. Es gibt keine Grauzone bei den unverzeihlichen Flüchen. Um einen der unverzeihlichen Flüche aussprechen zu können, muss man ihn richtig verstehen und man muss ihn sprechen wollen. Man muss die Person töten, foltern oder diese Person kontrollieren wollen. Im Orden des Phönix versuchte Harry, Crucio of Bellatrix anzuwenden, aber es war erfolglos, da er es nicht wirklich spürte. Er war wütend, traurig und voll mit Emotionen, aber foltern konnte er sie nicht richtig. Er hatte noch nie zuvor einen unverzeihlichen Fluch benutzt und Sektum Sempra ist etwas ganz anderes. Dieser Zauberspruch erfordert nicht dasselbe Maß an Absicht oder tiefem Verständnis für das, was er tut. Als Harry zum ersten Mal Sektum Sempra anwendet, war es ohne wirkliche Übung oder Absicht und natürlich ohne seine volle Wirkung nachvollziehen zu können. Die Höhe des Schadens, den Sektum Sempra verursacht, ist allerdings wirklich überschaubar. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schnitte und die Schnittwunden zwar ziemlich übel für jemanden sind, der sie abbekommt, aber gleichermaßen ist der Zauber schnell heilbar durch einen anderen Zauberspruch von Snape, Volnerasa Nentur. Avada Kedavra kann man leider nicht einfach so heilen und die Eltern von Neville, die durch Crucio gefoltert wurden und irre wurden, sitzen auch seit Jahren in der Irrenanstalt rum. Vom Imperius-Flug will ich gar nicht erst anfangen, denn du kannst einfach einer Person befehlen, was sie machen soll und das über einen so langen Zeitraum hinweg, wie du willst. Ein weiterer Grund, warum Sektum Sempra nicht unverzeihlich ist, ist, dass es ein Gegenzauber für die Behandlung von Sektum Sempra gibt, Volnerasa Nentur. Dieser Gegenzauber wurde auch von Snape erfunden, obwohl es eine Theorie gibt, dass dieser Zauber damals schon von Gellert Grindelwald verwendet wurde. Also, um das nochmal zu einem Fazit zusammenzufassen. Sektum Sempra ist ein schrecklich brutaler Zauber, der wahrscheinlich nicht existieren sollte, aber er ist nicht übel genug, um als unverzeihlicher Fluch durchzugehen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es was hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, damit ihr keins der folgenden Videos mehr verpasst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal.